Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll oder was ich sage. Ja, die Stimmung im Paradies ist heute, glaube ich, wirklich fabelhaft. Eine sehr emotionale Überraschung wartet auf euch. Was kommt da für eine Überraschung auf uns zu? Ein Monat kein Fußball gucken. Oder ein Monat kein SEX. Ich bin sehr aufgeregt, meine Schwester gleich wieder zu sehen. Ich werde aggro bei sowas. Wie denkst du eigentlich, wer du bist, Mann? Ey, mit einem Satz hast du alles gut gemacht, Mann. Mit einem fucking Satz, Alter. Was passiert, Alter? Leute, ich hab so Schiss. Warum lässt du dich da vorne so leiden? Das ist halt überhaupt nichts mit mir zu tun. Oh, es wird emotional. Nein. Dafür hab ich voll Angst. Was ich vielleicht ein bisschen zu viel habe, hat Maurice zu wenig. Du kannst mich nicht verändern, nämlich so wie ich bin. Ich kann so viel Liebe geben. Ich hab dir so viel Liebe gegeben. Ich schlafe nicht gleich nach einer Woche mit Mann im Berge. Du brammel dich da gleich weg, oder? Du schweißt alles weg, nur weil ich in meinem Leben was gemacht hab, bevor du überhaupt da warst. Und deswegen... Ja, muss man da irgendwie eine Entscheidung treffen, die für beide Seiten gut ist. Du brauchst mir heute echt keine Lose geben. Das ist aus für mich hier. Ich glaub, jetzt gibt's uns halt einfach nicht mehr. Ja. 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 Ja.